Oh mein Gott Leute, heute wird es richtig nice, denn ihr seht schon, wir sind heute wieder mal in Fortnite unterwegs und ich bin gerade online gekommen und da hat mich Nachtspion eingeladen und ich denke die meisten von euch werden mit dem Namen jetzt nichts anfangen können aber ich habe damals vor knapp zwei Jahren Nachtspion in Random Doors kennengelernt der war glaube ich damals, ich glaube sieben Jahre alt und wir haben uns eigentlich, ich glaube fast ein Jahr jetzt nicht gesehen und der hat mich jetzt gerade eingeladen gehabt und ich muss das eigentlich in dem Video festhalten und ich will diesem kleinen Jungen jetzt eine kleine Freude machen deswegen habe ich mir jetzt gerade eben schon ein paar V-Bucks oben aufgeladen, ihr seht das vielleicht lade ich mir gleich nochmal 13.500 auf wird sich zeigen, denn ich möchte jetzt gleich in die Gruppe von ihm gehen und wenn der kleine Junge einen Kill macht, möchte ich ihm dafür einen Skin hier aus dem Itemshop schenken deswegen lasst für das Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da abonniert den Kanal und tragt auch sehr sehr gern meinen Creator-Code in Itemshop ein, würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen und ansonsten lädt mich auch die ganze Zeit schon ein ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in seine Gruppe und schauen mal, was der Kleine zu sagen hat oh mein Gott, hallo? hallo? okay, jetzt, da bin ich da Nachtspion oh mein Gott, wie lange ist es her? weiß nicht, ganz genau ich glaube fast ein Jahr oder so ich weiß nicht, damals warst du sieben, erzähl mal ganz kurz, wie alt bist du mittlerweile? ähm, neun Jahre alt neun Jahre, pfuh ja pfuh, okay, pass auf, Nachtspion ich habe eine kleine Überraschung heute für dich, okay? ja äh, wir machen jetzt einfach eine Runde-Duo und ähm äh, wir machen das Ganze so äh, dass du pro Kill ein Skin von mir bekommst oder irgendwas aus dem Shop das heißt, wir machen eine Runde und für jeden Kill, den du machst, darfst du dir ein was aus dem Shop aussuchen, okay? ich hätte gesagt okay okay, ja alles gut dann machen wir bereit, nur bauen und dann geht's direkt los so okay jetzt sind wir hier im Battle Bus ey, ich glaube sogar wo sind wir hin? mittlerweile könntest du sogar fast besser als ich sein, ne? ja haha sag mal, spielst du jeden Tag, oder? ja, also ein paar Tagen war ich nicht online, weil ich dort halt sehr viel mit Freunden gemacht hab ah, okay, okay schau mal, ich habe unten markiert Friends, die viel zu mir da landen? ja ja okay, dann machen wir das ja, okay, also guck mal, du kannst doch sagen, wo du hin willst oder so wir machen heute einfach mal alles das, worauf du Lust hast und wie gesagt, du musst dich ein bisschen anstrengen wie gesagt, okay kriegst du was aus dem Item Shop, okay? das heißt, strecke ich auf jeden Fall an, okay dann würde ich sagen, landen wir erst mal lass das mal landen ich lande jetzt auch okay, dann lass mal beide oben in dem Haus hier landen okay, genau zack wo? was ist eigentlich aktuell so die stärkste Waffe? äh, also ich als Pumpgun finde ich ist die Donnerschruttflinte die Donnerschruttflinte ist ah, das ist diese, die nur zweimal schießen kann so glaube ich, ne? äh, ne, die Donnerschruttflinte ist das hier oder ist ein Gegner? oh, oh, komm komm, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir hast du einen? ne, aber Digga, der hat Hammer warte, warte, warte ah, scheiße schelft dir, schelft dir, warte der hat eine starke Waffe ah, der hat diesen Hammer ja aber hier war gerade irgendein Gegner genockt hast du den genockt, oder? ich hab einen er hat, okay, du hast den ersten okay, okay sehr nice bei mir sind jetzt gerade noch viele Gegner ich muss mal kurz hier ein bisschen abhauen aber okay, du hast den ersten Kill schon mal okay, sehr gut oh, oh mein Gott ich muss erst mal jetzt hier entkommen hier sind übelst viele Gegner bei mir gerade oh mein Gott oh mein Gott aber okay, das heißt schon mal den ersten Kill sehr nice okay nein, nein, nein von hinten bei mir ja, warte, ich komm ich brauch kurz noch ein paar Waffen oder irgendwas Digga, oh mein Gott warte, komm hoch, komm hoch da hinten rennt gerade ein Gegner lass den mal abschießen oh, ich hab auch einen ich hab auch einen okay, ist nicht schlimm wenn du jetzt einen getötet hast okay, okay oh, da unten ist auch noch einer hinterm Traktor da unten ich kriegst du den ja guck mal hinterm Traktor hier, ich bohre uns den mal weg mit oh oh, wie kommt jemand ja, ja komm, den schaffst du hol ihn dir da kommen zwei sogar warte, komm her oh nein oh mein Gott hinter dir oh mein Gott ja, ich seh, ich seh warte, ich muss weglaufen oh mein Gott Hilfe ich versteck mich oh mein Gott ah, der hat den Hammer aufpassen der hat den, oh mein Gott oh okay, das ist nicht schlimm alles gut wir machen noch eine Runde aber wenn du willst wir gehen schon mal kurz in die Lobby und dann darfst du dir schon mal den ersten Skin aussuchen, okay boah, hier ist doch echt viel im Shop sehe ich gerade hier ist echt einiges drin hast du schon was gefunden? ich weiß es schon du weißt es? ist okay, dann hau mal raus ich möchte, äh, Omen den Omen soll ich dir schenken? boah, okay dein erster Skin ist der Omen boah, ein legendäres Skin sogar 2000 V-Bucks okay gut, dann machen wir das mal Freunde schenken ist es angekommen? oh, da ist er da ist der Omen Skin okay dein erstes Geschenk ja okay dann mach ich wieder bereit und dann würde ich sagen komm, machen wir hier direkt hier die nächste Runde so, okay Runde Nummer 2 äh, wir landen jetzt hier wie heißt es? faulty faulty splits okay sag mal, hast du hier schon hast gibt's hier irgendeinen so einen Geheimtrick wo man immer gar nicht den Kist oder so findet weil ich hab gar keine Ahnung wo ich hier gut loot finde ähm, also hier sind die meisten Waffen, finde ich oh Gott, ist hier die Markierung? ich, ah, warte, warte okay, dann lande ich da ich lande da ah, hier oben ist direkt eine Pumpgun er kommt direkt zu mir wenn du willst dann kann ich dir oh, schwere Pumpgun die Heavy Pump ist wieder drin war damals ganz früher drin sie sind ich weiß nicht, sie sind zwei oder so, ist ich glaube ich reingekommen ich weiß grad gar nicht ganz genau tschüss da ist jemand in der Nähe ja und mir sind auch einige Gegner grad tatsächlich oh hab einen sehr nice ich hab noch einen low hab einen ich hab auch einen genommen oh nein hinter mir ist einer ich bin tot ich bin tot nein hab noch einen alles gut alles gut ich hab zwei ja finish alles gut ich hab noch einen gut aber du hast gefinished okay warte, hier sind überall Gegner ich blick hier grad nicht durch warte, oh mein Gott hier sind so viele Gegner gerade ich muss erstmal ganz kurz jetzt hier okay ich hol euch eine Karte direkt okay, okay aber hast du einen Kill gemacht? ja, einen ah, ich seh es oben rechts ne ich hab drei und insgesamt vier du hast wieder einen Kill gemacht sehr nice okay das heißt dein nächster Skin muss ich mir ganz hier die Waffen jetzt nennen hier ist nicht auch irgendwo einer oh mein Gott okay, warte da muss ich mal gucken ja, ja oder? warte mal ich guck mal ganz genau woher welche sind ja einer hat Hammer oh, ist das die Samer ich weiß nicht ist der gut, der Hammer? äh, ja der ist super gut oh, ist einfach auf K lol auf K perfekt okay, aber deine Karte hab ich schon mal sehr gut okay dann reboot ich dich mal direkt okay äh aber er ist ein Team mit dir was? nicht mit mir wow was? welchen töten? ich bin tot ich fäll mir ich töte ihn ja, mach es wo ist der? ich komm nicht hoch oh mein Gott ich komm schnell ich hab so eine epische Pumpkan oh mein Gott gut so okay was ist das hier? ich brauch irgendwie hier schnell hier ist so ein was ist dieser Schubsaft was macht der denn? was ist der? da kann man nun endlich lang sprinten erst mal für ein paar hallo ich trinke einfach alle davon ist egal ich trinke einfach alles auf einmal okay energy energy okay, gut ja, dann lassen wir die nächsten Gegner für dich suchen dass du hier noch ein paar Skins bekommst einen hast du ja schon mal das ist insgesamt schon zwei Skins okay, komm dann gucken wir mal hier hier ist auf jeden Fall noch willst du noch ein Mettel oder irgendwas mitnehmen vielleicht yo shoot shit okay, Moment ich hab ein shoot shit gefunden das ist schon mal sehr gut okay gut, dann ich weiß nicht ich müsste jetzt eigentlich die nächste Zone sehen sogar wegen dem Purge ich hab sogar wieder ein neues Purge hier Buschkrieger was ist das? dann kriegst du wenn man Buschkrieger hat kann man sich in einem Busch heilen lol ich kann jetzt unendlich lang sprinten schau mal ey, wie cool ist das denn das ist schon richtig cool okay ey, davon ist ein Schüssel lass uns den Schüssel hingehen ich kann den Gegner für dich ja ein bisschen low machen dann kannst du sie markieren am Ende einfach das ist ein bisschen einfacher okay, der erste Gegner guck mal der ist low guck mal, hol ihn dir der ist shield crack den kriegst du komm, kriegst du ihn hol ihn dir komm schon schnapp ihn dir oh, sehr nice dahintest noch einer ich hol den anderen noch ich finde sie schon mal für dich okay, hast du schon mal den nächsten Skin auf jeden Fall okay die nächsten zwei Skins auf jeden Fall schon mal für dich die wurde gerade auf mich geschossen aber ich sehe ihn nicht ach so, der ist hinter uns oder was ich weiß nicht ich trinke erst mal kurz hier ich trinke einfach kurz einen Biggie erstmal egal ich finde ihn nicht okay, alles gut aber du hast schon zwei Käs jetzt in der Runde das heißt zwei Skins für dich okay, okay gut, dann lass mal weiter schauen wo die nächsten Gegner sind Bats und ah, da vorne rennt anders ist ein Bot der da rennt, glaube ich, ne? links, okay, okay ja, das ist ein Bot, ja ja, okay, okay habe ich gesehen oh, oben lol ist der gut? ich weiß gar nicht oh, oben ja, ja, warte ich komme, ich gehe rum mit Hammer aber töt ihn nicht weil der macht sehr viel Schaden und macht manchmal One-Shot Bats boah, ich habe den übelst krass gehittet ja, dann mach es komm, hol ihn dir du schaffst es oh, und da ist der nächste Kid drei Skins schon in der Runde jetzt bisher hey, voll nice okay sehr gut oh, hier ist so ein Windstoß lass mal diesen Wind hier rein oh mein Gott was ist das denn? tschüss da kann man wegfliegen ja oh, ich war gerade voll am rumbacken was war das denn? oh mein Gott weißt du was wenn wir einen Sieg schaffen kriegst du noch eins gehen extra oben drauf, okay? aber wir müssen den Sieg schaffen oh, ich höre welche dort hieb die ja, ja, lass die mal pushen lass die mal pushen ich komme hier gar nicht hoch gerade ich suche was was, wenn Hammer hier aufgeladen ist auf jeden Fall also die voller sind auf jeden Fall irgendwo Gegner ich gucke jetzt gerade mal ich warte das mal auf dich Leute, du bist auf einmal voll weit hinter mir auf einmal schon wieder wie schnell warst du denn? lol hier dödödöd dödödödöd okay komm dann Bats und zack und Bats ich glaube hier zieht sich einer hier sind voll richtig viele Gegner komm zu mir komm zu mir das sind richtig viele oh mein Gott, das sind richtig viele komm zu mir hier sind richtig viele komm zu mir hier sind richtig viele Gegner ich bin auf dem Weg ja okay, okay komm, 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 komm hier sind nämlich richtig viele oh da unten ist ein Splashy Gun Splashy Gun da hinten hinter dem Stein ist einer oh mein Gott oh 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 nee komm, die haben gerade die Flow gemacht jetzt haben wir bei mich nein nicht sterben, nein blöd oh mein Gott ich bin tot ich bin tot ich bin tot komm, hilf oh mein Gott oh mein Gott nein ich bin one shot ich muss weg hier helde ich ja, muss weg hier oh oh noch welche ja, warte ich entkomme ich schaff das ich schaff das wir müssen den Sieg holen oh mein Gott kurz in Sicherheit okay ich nehme jetzt hier kurz ein Medkit oh mein Gott denkst du, ich schaffst du eine Karte zu holen? ich ich denk äh ja, okay ich denk schon aber ich bin in der Welle, oder? nee ich bin in der Zone ich bin kurz weg ja, alles gut dann hol ich da gerne eine Karte schon, wir schaffen das na, Spion, komm schon und, und zack ja sehr nice, okay komm, ich leg dir sogar eine Waffe nimm die Pistole schon mal hier komm, zack in die Pistole hab ich die hier hingelegt ja, nimm deine Pistole gebe ich die Munition warte, ich gebe dir ein bisschen Munition nee, ich hab genug 51 ah, okay jeder, steck ein da hinten ist ein Hammer nimm Splashy Gun da ist auch eine Splashy Gun ja das ist ein Hammer, sehr nice und wir können echt den Sieg holen dann hast du warte mal du hast wie viel jetzt? drei Stück hast du, ne? drei hab ich bis jetzt, ja wenn wir noch einen Sieg holen sind es vier Skins boah in einer Runde das ist schon gut okay, dann lass mal gucken bis wir in die nächste Zone kommen ich seh die, ja die Zone ist direkt vor uns genau warte, ich hieb mich kurz noch in den Busch da warte ja, mach das so, dann hieb ich mal kurz einfach zack ich hieb mich mal so mit Splashy Gun ich hab mir einen Pumpgun dabei ja, ja ja er kann nix machen oh mein Gott wo ist der? boah ja boah du hast den richtig ums genommen noch einen Kill wie viel habe ich jetzt getötet? was, vier Kills hast du? ne doch doch, vier Kills doch, vier in dieser Runde in dieser Runde vier Kills sind vier Skins in oh mein Gott ich geh so blöd ja, sind sie, oder? eh einer tot watsch ja let's go fünf Skins oh mein Gott hä voll nice boah, das sind jetzt fünf Skins ja, fünf Skins sehr krass boah, da haben wir sogar den Sieg geholt sehr, sehr nice also wie gesagt wenn du auch irgendwie einen Tanz haben willst so kannst du auch einen Tanz haben das müssen die Skins sein wie du willst so, dann würde ich sagen geh mal in den Shop rein und dann such dir schon mal das erste aus aus, auf jeden Fall äh, der gehört zu Star Wars ah, Kylo Ren da ja, okay Kylo Ren, okay okay, das ist der erste Skin okay vielleicht das Paket von äh, MrBeast ah, das MrBeast-Paket hier mit der Kralle ja warum machen wir hier hauen wir raus boah, ich geh hier so bleib oh mein Gott okay ich hab' ich gesagt hol' ich nur eine Sache für kein Paket hier hau raus du musst vielleicht nochmal V-Bucks hier aufladen okay, was willst du haben als nächstes? ich hätt' gesagt den Dragon Ball Tanz den Dragon Ball Tanz okay, warte wo ist der? Fusion H warte was ist das? Fusion H ja okay, dann muss ich mal ganz kurz V-Bucks aufladen Moment und dann noch Fusion H ist raus okay dann, kommen wir zum nächsten der Drache den willst du noch haben ja okay dann machen wir das hier der Shenlong und Geschenk ist raus dann viel Spaß auf jeden Fall mit den ganzen Geschenken ich hoffe dir gefällt es ansonsten hast du noch was zu sagen zum Abschluss nach Spion? nein, eigentlich nicht okay gut dann Leute ich hoffe das Video hat euch gefallen wenn ihr vielleicht Lust habt keine Ahnung auch mal sowas zu machen dann schreibt gerne auch den Epic Games Namen in die Kommentare dann können wir sowas vielleicht auch mal mit euch machen und dann würde ich sagen war's mit dem Video haut da rein bis zum nächsten Mal ich bin raus ciao bis zum nächsten Mal ciao Vielen Dank.